Jetzt, meine lieben Zuseher, werde ich ein Fliege erschlagen. Ich habe die Fliege nicht erwischt, ich bin ein Versager. Ich muss wohl zu viel härteren Mitteln greifen. Das ist wie ein Kampf gegen die Unendlichkeit. Diese Fliege macht mich wahnsinnig. Habe ich sie erwischt? Nein, natürlich nicht. Da ist sie. Ich muss wohl zu noch härteren Mitteln greifen. Ich habe sie leider nicht erwischt. Wenn ich jetzt munter werde, geht es in diesem Raum rund. Wer hat mich erweckt? Es geht jetzt rund in diesem Raum. Ich mache einen riesen Wirbel jetzt. Oh nein, er ist wach geworden. Jetzt geht es rund in diesem Raum. Weg hier! Eine Fliege zu erschlagen, kann doch nicht so das Problem sein. Ich brauche nur diesen Stift dafür. Ihr seid alles Luschen. Lasst einen Profi-Fliegen-Erschläger ran. Da war gar keine Fliege. Ihr seid solche Gesichtskrätschen. Eine Fliege muss man sanft fangen. Ihr habt die Fliege mit einem Stift erschlagen. Das ist illegal. Es verstößt gegen das Fliegengeschitz. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.